Da warst du ja mit dabei. Ah, das ist die Slalomqualifikation. Ah, das war Slalom jetzt. Ah, das war Slalom, okay, okay. Aber das war der zweite Lauf, da bin ich stehen geblieben, ja. Nein, da habe ich jetzt mit der Schnalle aufgegangen. Die Schnalle aufgegangen? Ja, ich bin die Schnalle vom Schuh aufgegangen, aber ich konnte nicht mehr fahren. War das jetzt irgendwie... Ein bisschen was Schönes hätte ich es jetzt schon zeigen können. War das Realzeit oder war das eine Zeitlupe? War das jetzt Zeitlupe oder war das... Nein, nein, ich bin losgefahren und mir ist die Schnalle aufgeschnallt und ich hatte keinen Griff. Aber es war nicht so schlecht, das war... Ich habe einfach... Das ist mir manchmal auch passiert, wenn du so eng zu dir Tore vorst, dann haut es dir die Stange auf die Schnalle und dann springt es auf. Ich weiß, das ist ganz selten, einmal in Wengen ist es mir passiert. Ja, nein.